So, jetzt müssen wir ja mal einen Unterschied wieder üben, das ist schon so lange her. Sollte er feierlich sein Foto machen, oder? Herzlichen Glückwunsch. Danke, ebenso. Hassan hat jetzt den Trainer, den er eigentlich haben wollte. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt mit Julian Nagelsmann, dass das auch perfekt funktioniert. Das ist eine wichtige Lehre, das, was er sicherlich mit Hansi da zum Schluss erlebt hat. Aber es ist jetzt auch für ihn ein neuer Anfang eben mit Julian Nagelsmann. Ich bin fest davon überzeugt, das ist meine absolute Überzeugung, dass wir mit diesem Trainer große Erfolge feiern werden.